Das Reich der Magie Gameplay Pack ist in der Community recht gut angekommen, hat aber auch einen Trailer, der nicht an jeder Ecke komplett der Wahrheit entspricht. In diesem Video möchte ich euch meine ehrliche Version des Trailers vorstellen. Damit ihr das Video besser versteht, solltet ihr euch nochmal den Original-Trailer in der Beschreibung ansehen. Gemacht? Los geht's! Willkommen im Reich der Magie. Direkt im zweiten Satz erwähne ich das Portal zur neuen, abgeschirmten Region, welches wohl zu einem der leicht zu findendsten Geheimnissen in The Sims 4 gehört, denn es steht einfach ganz normal in der Welt herum und kann von jedem Sim einfach so betreten werden. Jetzt präsentieren wir euch diese in mühsamer Kleinstarbeit zusammengeschusterte After Effects Animation, die in so einem Trailer ordentlich was hermacht. Die drei Häuser werden in diesem Trailer groß präsentiert, haben aber im fertigen Spiel gar keinen echten spielerischen Mehrwert. Aber Moment mal, bis auf Morgan sehen alle weisen Sims in der eben erwähnten Szene im fertigen Pack doch auch komplett anders aus als hier im Trailer dargestellt. Wieder einmal ein Fall der klassischen Trailer-Magie. Ich nenne es Übung, Studium und Entschlossenheit, um ein guter Magier zu werden. Ihr Spieler würdet es eher Ausdauer nennen, da man größtenteils immer ähnliche Aufgaben abarbeitet, um aufzusteigen. Auch wenn es Spaß macht, alle Zaubersprüche zu erlernen und es durchaus ein paar nützliche gibt, sind die Mehrzahl wohl eher eine lustige Spielerei. Das verrate ich euch aber natürlich nicht. Sekunde mal, können wir uns nicht schon mit Hilfe der Wellness-Fähigkeit oder dem Vampire-Gameplay-Pack teleportieren? Zum Glück wurden aus dem Pack nicht wirklich viele der Fähigkeiten recycelt. Das war in anderen Packs schon durchaus schlimmer. Die jetzt vorgestellten Tränke bestehen zu einem beachtlichen Teil aus emotionsveränderten Fläschchen. Nicht gerade spannend, wenn das dahinterlegende Emotionssystem nicht so viel Einfluss auf einzelne Sims hat. Abgesehen von dem wohl unmagischsten Begriff im ganzen Trailer, nämlich Talentpunkt, der einen eher an einen mittelmäßigen Kinder-Sommerferien-Hobby-Workshop erinnert, kommt euch diese Benutzeroberfläche nicht ein wenig bekannt vor? Ja, das grundlegende System kennen wir eigentlich schon aus dem Vampire-Gameplay-Pack, dessen Vorteile hier mit neuen ausgetauscht wurden. Die letzten Trailersekunden brechen an, die ich mit meiner mystischen Trailerstimme nochmal dazu nutze, um den Spieler direkt anzusprechen und ihm das Gameplay-Pack schmackhaft zu machen. Das war's mit dieser ehrlichen Version des Reich der Magie-Trailer. Auch wenn ich mich an manchen Stellen über dieses lustig gemacht habe, zählt dieses Gameplay-Pack zu eines meiner Favoriten. In der Beschreibung findet ihr einen Link zur letzten Folge Sim gehört, in der ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de über die Inhalte des letzten Updates und maximalistischen Wohnstilsets gesprochen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.